zack damit kommst du doch nicht durch was noch mal so ich werde beobachtet aber von wo ach von da unten ist da unten der bo egal habe ich eben hier so ein synchronisationspunkt verloren aber dafür sind wir angekommen jetzt lassen wir uns hier noch runterfallen und wir sind da wurde beendet schön das zu hören er tötete sie die männer und frauen auf seinem fest es war gift die waffe eines feiglings er gab ihnen die schuld für den krieg und sagte er würde ihn beenden merkwürdig allerdings war der händlerkönig bekannt dafür ein wenig anders zu sein etwas nur ein symptom seines wahns vielleicht ihr scheint zu zweifeln sprecht mit allem er mag eine bessere erklärung liefern ja ich werde hören was er zu sagen hat spule von jawohl damit haben wir das hier geschafft und wir können zurück nach masjah um alm uralim um mit alm uralim zu sprechen so würde ich sagen spulen wir mal vor bis wir da sind dann kann ich an sich schon gleich schon wieder ruhig sein weil ähm ähm ich denke es alm uralim gleich nochmal spricht deswegen bin ich jetzt schon mal ruhig sprecht mit mir wie ihr wünscht die kunde eures erfolges ist zu mir gedrungen ihr habt meinen dank und den des reiches die städte von ihren korrupten führern zu befreien wird dem frieden sicher dienlich sein seid ihr dessen so sicher die art wie männer herrschen spiegelt sich in den beherrschten wieder als ihr die städte von korruption befreit habt habt ihr auch die herzen und gemüter des volkes befreit unsere feinde würden widersprechen was meint ihr jeder den ich erschlug berichtete mir merkwürdige dinge sie zeigen keine reue auch im tode scheinen sie an ihren sieg zu glauben auch wenn sie es nicht direkt zugaben sie standen alle in verbindung ich bin ganz sicher es ist ein unterschied zwischen dem was man uns als wahrheit verkauft und dem was wir als wahr erkennen die meisten kümmert dieser unterschied nicht so ist es einfacher aber als assassine liegt es in eurer natur ihn zu bemerken ihn zu hinterfragen was ist es das diese männer verbindet aber als assassine ist es eure pflicht diese bedenken zu verwerfen und eurem meister zu vertrauen denn es kann keinen frieden geben ohne ordnung und ordnung erfordert autorität ihr sprecht den rätseln meister ihr empfehlt mir aufmerksam zu sein und bittet mich dann davon abzusehen was von beiden die frage ist dann beantwortet wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht ihr liest mich wohl nicht nur für eine lektion herrufen nun gut ein weiterer rang und eine waffe werden euch zurückgegeben zwei führer sind noch übrig geht und sorgt dafür dass ihre herrschaft endet alles klar dann wollen wir mal sehen was wir dazu bekommen haben wieder eine dna synchronisation und so wie es aussieht neue stiefel mal schauen was wir damit für eine fähigkeit bekommen balance halten und ausweichen oh ja schwert meister schaden oh ja mehr schaden mit dem schwert richten wir jetzt an wohl aber an dieser stelle werde ich erst nochmal unterbrechen da wie schon erwähnt dieser fenstermodus wieder aktiv wurde bis gleich sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play assassin's creed ich habe das spiel gerade neu gestartet wegen weil fenstermodus und es geht jetzt direkt weiter zur nächsten mission nein noch nicht ganz oh da hinten sehe ich eine flacke aber erstmal geht es hier noch ans üben ja klar jetzt geht es hier nämlich ans ausweichen oh ja oh das hat nicht so ganz geklappt mal schauen ja da kann man dann ganz gut ähm ja was soll ich jetzt hier noch na also geht doch escape muss ich drücken das wusste ich gerade nicht alles klar jetzt haben wir ausweichen gelernt aber ich denke ich werde eher ähm kontern als zu zu auszuweichen ist ja schließlich besser noch ein bisschen schaden rein zu drücken und jetzt würde ich sagen geht es erstmal nach jerusalem denn wenn ich es richtig im kopf habe hatten wir damaskus jerusalem arkon arkon hatten wir zum schluss gemacht deswegen geht es direkt nach jerusalem ins büro und wir erledigen wen wir auch immer dort erledigen müssen wenn sie wegen ihnen ihre krüge fallen lassen ja kurze info alles klar so dann würde ich sagen geht es erstmal hier ans informationssammeln und um informationen zu sammeln brauchen wir erstmal einen aussichtspunkt den markiere ich mal eben und dann machen wir uns auch direkt auf den weg was ist das überhaupt das ist das armen viertel in das wir jetzt kommen und wir sind gerade im nobel viertel nachher genau dann würde ich sagen ist nicht mehr weit sollte schon in sicht sein eigentlich oh uiuiuiui uiuiuiuiuiuiui weiß ich nicht gibt es das so ab nach oben wieder hier alter hier so so komme ich wieder hoch bin ich da runter gefallen hä es ist nur die Brücke da förmlich ist wahrscheinlich scheiße hochzukommen letztendlich uiuiuiuiui ja aber hier komme ich rüber und dann komme ich hier hin und haben wir eben schon gehört bürgerrettung da wurde wieder jemand als dieb beschimpft ob nun gerechtfertigt oder nicht wir töten trotzdem die wachen die das tun ah aber erstmal genießen wir hier die aussicht ich glaube das ist ziemlich der niedrigste aussichtspunkt im spiel mir fällt jetzt also ich kenne jetzt keinen der da klapper halten oh hat er mitbekommen so weichen wir mal aus und oh starker angriff oh man wie ich das nicht mitbekomme na zack man merkt schon ich mach die wesentlich schneller fertig oh der wollte auf bam bam zack oh wie die hier keine Ruhe geben wollen wuhu geil iiih ist er durch meine deckung durchgebrochen ja Junge jetzt jetzt da kann ja nichts draus werden so wo haben wir denn hier noch bürger retten ach ist alles auf ist hier gar nicht in der nähe ist hier ne uuh sind schon ein bisschen mehr jetzt zack uuh gekontert was für eine frechheit von dem aber das können wir auch uuh sogar viel besser bam die die normalen wachen haben jetzt praktisch gar keine chance mehr gegen uns also noch können sie natürlich uns schaden zufügen aber mit einem konter sind sie hinüber und drei schläge und die sind weg also so mach das mal mach das mal deine entscheidung mhm mhm oh ja und wir haben gelehrte bekommen so ich würde mal sagen dass da ist der nächste oder der am weitesten im süden ist ihr wollt mir nichts böses ich weiß aber sei trotzdem suchen wir doch erstmal äh was geht da ab also gut wo bist du schieb ab wer hat mich denn jetzt schon wieder hier gesehen ach da hehehehe na alter äh alter hier hat irgendwie ein aimbot ah gut bam bam und zack schön ok ja und der ist auch hinüber wenn die templar einzeln kommen ohne irgendwie andere Unterstützung dann ist das natürlich kein problem gegen die zu kämpfen was für eine frechheit haben die da einfach zum passanten geschlagen und mich kontern die auch noch hier erstmal der der macht hier rum obwohl er nichts kann der auch hier ja um die wachen rufen hilft auch nichts bam bam so wen darf ich heute retten am arsch jetzt hatte der schiss und ist abgehauen oder was ach komm fresse halten nee will ich nicht stein ist zuerst ich danke so geht doch ich werde diesen gefallen zurückzahlen das schwöre ich tja vielen dank ne ich ich besorge mir jetzt nochmal ein paar Messer alter wer denn jetzt schon wieder hier ach da kam der runter bam 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 na los alter kontert er mich aus hier wow aber dann geht der templar auch hier gleich richtig ran ne ha 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 noop ach ja lauf mir in den weg das finde ich immer ein bisschen nervig ach man ey so ruhe ruhe hier da so wo gibt's noch was zu retten wer braucht hilfe ja nein den möchte ich nicht anvisieren hä hä auf dem dach hups schuldigung ach ach ne zack alter wie ich hier wirklich ein templar nach dem anderen treff am arsch ja ach man die mal mit ihren starken angriffen da konter ich immer zu früh so der templar ist erledigt der Rest ist jetzt Formsache schuldigung ja 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 Vielen Dank.